Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute probieren wir unser Glück mal auf einem Feld. So solltet ihr alles sehen. So seh ich zwar wieder nichts, aber egal. Mal gucken, ob es klappt. Jetzt regnet es leider. Mal gucken, falls es zu stark regnet, muss ich die Aufnahme abbrechen. Mal gucken, ob wir überhaupt was finden. Naja, wie sieht es jetzt schlecht mit dem Regen aus? Naja, eigentlich kann ich so nicht. Dass das Handy nass ist, ist leider nicht wasserfest. Na, jetzt wo ich da bin, fängt es an zu regnen. Na super. Ich würde sagen, dann hole ich euch einfach, wenn ich das erste Signal habe. So, das wird es dann nicht. Ich hole euch dann einfach, wenn wir das nicht sehen. Okay Leute, hier bin ich wieder. Hier habe ich mal nicht gefühlt beim Ausgraben. Schaut es euch an. Alter, das ist hier, guckt, das habe ich auch noch gefunden. Das ist ein geiler Fund. Da hat man die Flaschen aufgemacht, da hat man so reingestochen und da hat man so gedreht. Wahnsinn, ey. Ich bin froh, als ich das ausgegraben habe. Ich habe schon an Munizierung gedacht, weil das Signal her passen könnte, aber das ist ja noch viel besser. Generell, kleiner Spotwechsel jetzt. Wir sind jetzt hier. Mal gucken, ob ich den wieder in Gang kriege. Das wäre geil. Achso, das Video könnte auch nicht so lange werden. Ja, weil erstens, ich finde keine guten Stellen. Jetzt gucken wir mal hier bei der kaputten Bank. 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 Bei der kaputten Bank. Und ich hoffe, dass ich auch jetzt irgendwie deutlich Sprecher werden tue. Kann. Ja. Auf jeden Fall, lass doch schon mal für diesen schönen Fund ein Like da. Den kriege ich bestimmt irgendwie ein bisschen, also sauber kriege ich ihn auf jeden Fall. Gibt es dazu vielleicht später noch ein extra Video. So Leute, das ist das Ende vom Video. Leider habe ich nichts mehr gefunden. Das hier sind die einzigste, zwei besten Funde. Der hier ist ganz besonders geil, finde ich, weil ich habe noch nie einen Flaschenöffner gefunden. Oder Korkenzieher heißen die Teile, glaube ich. Leider kann man da nichts mehr drehen. Aber ist trotzdem cool. Könnte man sogar nur benutzen, weil eigentlich, ja, konnte man das überhaupt mal drehen, oder war das hier irgendwie eine Art Feder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es das mit dem Video. Lass mir ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, bei der Brieger lange vorbei und dann würde ich sagen Tschüss.